Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 17 im Karrieremodus mit Würzburg und mir, dem Trainer, ihm geben uns mit. So, wir dürfen trainieren. Ah, die standardmäßigen Trainings kann ich leider nicht machen. Das ist natürlich blöde. Da trainiere ich hier noch ein bisschen Utsalek. Und da muss ich mir fast überlegen, ob ich hier bald nochmal einen Jungspieler ziehe, wenn der eine, ja, sieben Monate ausfällt, muss ich fast dran denken. So, Chancenarbeitung, alle simulieren, immer her damit. Ja, nicht die Trainings hier verfallen lassen, nur weil hier ein Spieler krank ist. Das wäre natürlich nix. Ist halt echt kacke, dass sich der Jungspieler verletzt hat. Vor allem so früh und, und, und. Äh, das ist halt, das ist halt bitter, muss ich echt sagen. So, wir haben eine Nachricht von Spielern. Wegen, wegen meiner Einsatzzeit. Guten Morgen, Trainer. Meine Einsatzzeit in der ersten Mannschaft war sehr begrenzt. Ich hätte gern mehr Chancen. Äh, Brunnhüber. Na, Brunnhüber. Naja. Du bist halt der dritte Torwart. Der kriegt immer generell sehr wenig Einsätze. Aber das müsste dir normalerweise klar sein. Abschlussberuf, Mario Wolf. Gucken wir mal. Naja, nicht wirklich. So, mir schläft gerade der Fuß ein. Nächste Pressekonferenz. Wir motivieren noch mal. Loben ist zu viel des Guten. Würde ich jetzt mal sagen. Gegen Braunschweig dürfen wir ran. Braunschweig ist vierter. Wir zehnter. Ja, ein bisschen wird alle zusammengerückt hier. Weil wir jetzt wieder mal die Sieges, äh, zwei Siege hatten. Nochmal zwei Siege, hätten wir 40 Punkte. Vielleicht können wir ja da einen von den dreien vor uns überholen. Also, Sandhausen, 60 und Hannover wären da vor uns. Das wäre natürlich schön, wenn wir einen von denen hier erwischen könnten. So, Braunschweig, unser Gegner. Da versuchen wir natürlich das Beste aus uns rauszuholen. Königs ist mehr oder weniger fit. Deswegen bringe ich Königs. So, Russ darf heute. Ähm, Rama darf auch. Das ist klar. Nein. Das war ein bisschen dämlich. So, Diaz bleibt da schon. Aber ich brauche einen anderen Linksverteidiger. Müller, Müller darf. So, Neumann geht heute raus für Utsalek. Und Schopenhauer darf heute auch für Pisod. So, Traut, Rechtsverteidiger. Ich stelle da munter wieder um. So wie es sich gehört. So, Waldorf auch. So, dann haben wir ja die Mannschaft irgendwie beisammen. Wie sie heute spielen soll. Oder, oder ich nehme Nagi noch raus und bringe Benatelli fürs Erste. Damit, ja, damit wir da wirklich fit sind. Soriano natürlich nicht unbedingt der fitteste. Aber natürlich immer für ein Tor gut. Deswegen ist der natürlich in der Startaufstellung. Da, wo er hingehört, meines Erachtens. Ist ein guter Stürmer. Weihrauch ist auch auf einem guten Weg. Kann man nichts sagen. Und Königs, ja, den ziehen wir mal so mit, sage ich mal. So, jetzt können wir spielen gegen Braunschweig. Auswärts im Braunschweiger Stadion im Schnee. Okay. Wo kommt der Schnee her? Wenn man jetzt wüsste, welcher Tag heute ist. Aber egal. Es ist das zweite Schneespiel diese Saison. Gleich so viele hatten wir. Aber naja. Muss ja nicht. Zwecks meiner. Gegen Braunschweig. Was machen wir? Oh, schade. Was? Lagos ist da noch mit der Fußspitze oder so rangekommen. Wow. Nur weil ich ihn aus Versehen anschieße. Abseits. Das ist natürlich dann schon so eine Sache, wo ich mir denke. Okay, ein bisschen hart ausgelegt die Abseitsregel. So, Russ, wo gehen wir hin mit dir? Erstmal die gekonnten Pässe. Oh, shit. Der war zu fest reingehauen, der Ball. So, jetzt kommt Braunschweig. Aber das Eichen können wir erstmal abfangen. Ah, schon wieder aus der Drehung raus den Pass. Da wollte ich es halt wieder schnell machen. Und das sollte ich eigentlich nicht. Ruhig und gemächlich das Spiel aufbauen. Schöne... Grätsche. Ah. Sorry. Da musste was unbedingt raus. No. Da kommen wir nicht ganz ran. So, am Braunschweiger dranbleiben. Komm schon. Oh, oh. Oh, oh. So. Sauber, Lagos. Wo geht denn der hin, Lagos? Willst du mich verarschen? So, Königs. Schön durchgesteckt zu Benatelli. Aber der macht den nicht. Schade. Aber eine schöne Aktion. Schön Konter gefahren. So wie es sein sollte. So wie es das... Äh, so wie man es als Trainer einfach sehen will. Sauber. Schön hier rein. Braunschweiger ein bisschen konfus gemacht. Ah, den kriegen wir sogar. Im zweiten Ansatz. Oh, come on. Aber da kommen wir nochmal hin. Oder? Nee. Wenn wir uns da festsetzen. Bleibt der liegen? Kommt der hoch? Der kommt, glaube ich, noch hoch. Sauber. Schön dazwischen. Oh, versuchen wir hier ein paar Leute hier mitzuziehen. Na, um den Druck hier aufzubauen auf Braunschweiger. Aber das funktioniert gerade mal nicht. Oh, boah shit. Das war ein Fee-Pass vorm Herrn. Oh, da kommen wir aber zwischen. So, Russ. Sauber. Alter. Dann falle ich da noch über. Beim Gegner wäre es natürlich... Oh, sofort ein Freistoß gewesen. Oh, der geht vorbei. Schöner Schuss in der 29. Da kassieren wir noch die Gelbe. Immer her damit. Schiri, immer her damit. Muss ja auch mal. Oh, come on. Oh, was ist denn los, Leute? Wollt ihr heute wieder keinen Pass hier ordentlich machen? Es ist nur Braunschweig. Braunschweig. Boah. Puh. Was war denn das jetzt? Siebenhandel. Oh, schnelle, kontrollierte Pässe, bitte. Oh, come on. Das war unnötig. So, aber Einwurf für Braunschweig. Führen sie wahnsinnig schnell aus. Nein, da mach ich auf. So, aber Utsalek ist da. Oh, wo gehen wir hin? Oh, so nicht. So gehen wir nirgends hin, außer nur nach hinten. In die Verteidigung. Schöne Grätsche. Kein Foulspiel. Es bringt Zeit zum Sortieren. Aber so sortiert sind wir gerade nicht. Oh. Schön hier durch. Ach komm, dann ist er da. Sauber, Lagos. Schön durchgesetzt. Aber so nicht. Ach komm. Ein bisschen mehr Kontrolle über den Ball momentan. Mal machen. So, schön weggedrängelt. Mann! 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 So, Königs. Oh, Keeper hält. Erster Schuss aufs Tor von uns gesetzt. Nach 45 Minuten ist ein bisschen traurig, aber... Der war gut, der versucht. Der war gut. Also den Schwung nochmal mitnehmen in die zweite Hälfte. Und dann was versuchen und ja, machen. So, ich sag mal fortsetzen. Zweite Hälfte. Gegen die Braunschweiger. Oh. Wo gehen sie lang? So, Weil hat den. Ah! Sauber, Schoppenbauer. Schön abgeklärt gemacht. Sauber, Russ. Oh. Und jetzt bitte... Gutes Programm anlegen. Und hier die Lücke suchen. Was jetzt nicht unbedingt so einfach war. Oh. Torwart unter Druck setzen. So was ist auch immer gut. Vielleicht klappt's ja mal. Ja, wir haben sogar einen Einwurf rausgeholt. So was ist schon mal gut. So, Einwurf. Ah, der kam zwar in die Mitte, aber der Verteidiger war da. Und keiner von unseren Mitspielern dachte sich, joa, den nehm ich mal mit. Da ist sehr viel Platz. Oh, Simon hält den. Wunderbar. Oh, was macht Braunschweig? Ecke kommt. Oh, Schitte. Oh, Soriano. Oh, Ecke. Die können wir direkt mitnehmen. Was ist jetzt los? Jetzt wird gewechselt. Auf der Gegnerseite. Soriano mit der Ecke. Naja. Oh, den hat der Torwart. So, dranbleiben. Weiter Druck aufbauen. Auf die Braunschweiger. Alter, Foulspiel. Gerade noch so, dass er mich nicht im Sechzehner foult. Gelbe Karte ist es trotzdem. Freistoß kommt. Naja. Wieder halt kommt. Er wird einfach nur rausgeklärt. So, jetzt wechseln wir ein bisschen. So, bringen für Soriano Weihrauch. Nagi darf auch noch kommen. Ihr zwei tauscht mal. Und ihn bringen wir auch noch. Das sag ich fortsetzen. Und so spielen wir es dann. So, Uzzalek mit dem Einwurf. Okay. Kann man ja mal. Schöner Doppelpass. Ah, schade. Oder? Oh. Weihrauch mit der Möglichkeit. Per Kopf. Aber leider. Keeper ist da. So, die Braunschweiger bauen sich auf. Ah, dranbleiben. Ne, so nicht. Da ist eine Lücke. Die sollte eigentlich so nicht sein. Boah, da geht er wirklich gut hier durch. Lagos hilft da aus. Kriegt er den Fuß noch zwischen. Ecke für Braunschweig. Boah, die war gefährlich. Na, ran an den kurzen, langen Pfosten. Also, wow. Über den Keeper hinweg. Ah, schade. War die Ruhe nicht im Ball. Und ich mach auf. Ich mach auf. Und wie ich aufmache. Oh, einfach nur weit weg damit. Da komm ich nicht ganz hin. Drei Eckspielchen. Oh, noch eine Ecke. Komm schon. Ja, und eine gelbe Kille auch noch. Komm, gib. Mach einfach mal. Ja. Oh, der geht vorbei. Gut so. So, komm. Weiter Ball. Oh, dann ist da keiner, wo der Kopfball niedergeht. So, Rama. Oh, Königs. Oh, komm. Wird hier umgehauen. Oh, an die Latte. Glück gehabt. So, weg damit. Shit. Ah, ich treffe weder Mann noch Ball. Ach komm, den kann man doch mal mitnehmen. Oh, siebenhandel wieder großartig. Fünf Minuten. Komm schon. Nochmal aufpassen hier. Königs hat sich verletzt. Ja, geil. Nicht lang im Spiel, aber verletzt sich hier. Alter. Die haben da auf einmal Gas drin. Oh, shit. Da ist drin. Da war Uzelek dran. Es ist nicht wahr, oder? Oh, come on. Und dann hat Uzelek hier abgelenkt. Oh, come on. Und dann bewegen sie sich stockensteif. Wow. Ach, komm. Jetzt werde ich nur noch umgehauen. Ballkontakt umgehauen. Ballkontakt umgehauen. Also, es ist doch witzlos dann. Ja, komm. Gib mir die Gelbe. Mensch. Schiri. Ohne Witz. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Wenn du nur gegen eine Mannschaft pfeifst, dann kannst du es gleich bleiben lassen. Naja, egal. Mal wieder eins verloren. Äh, ja. Braunschweig ein guter Gegner gewesen. Braucht man nichts sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.